Metzgerei Fleischmann. Seit 1966 steht unser Name für schmackhafte Fleisch- und Wurstspezialitäten aus dem Coburger Land. Mit langjähriger Erfahrung, handwerklichem Können und Liebe zum Metzgerhandwerk produzieren wir eine große Vielfalt an hochwertigen Fleisch- und Wurstwaren. Erstklassiges Frischfleisch von ausgewählten Landwirten aus dem Coburger Land und höchste Qualitätsstandards bei der Verarbeitung bilden die Grundlage für unser hochwertiges Produktspektrum. Hauseigene Rezepturen geben unseren Produkten ihren unverwechselbaren Geschmack. Mehr als 80 verschiedene Wurst- und Schinkenspezialitäten werden bei uns nach alter Handwerkstradition und ständig frisch hergestellt. Dabei werden nur reines Fleisch und natürliche Würzmischungen ohne Zusatzstoffe verwendet. Besonders beliebt sind unsere regionalen Produkte wie die typischen Coburger Bratwürste, die bei uns frisch über dem offenen Buchenfeuer gegrillt werden. Unser breites Produktspektrum erhalten Sie nicht nur in unserem modernen Ladengeschäft, ansprechend präsentiert und mit freundlichem Service. Auch überregional müssen Sie nicht auf unsere fränkischen Delikatessen verzichten. Zahlreiche unserer Produkte können Sie als Konserven oder frisch vakuumiert und verpackt wie unsere Coburger Bratwürste, Kochwürste und Presssack auch bequem online unter www.metzgereifleischmann.de bestellen. Metzgereifleischmann – schmackhafte Fleisch- und Wurstspezialitäten aus dem Coburger Land.